Wie lange haben Sie Ihre Krankheit vor? Solange ich lebe. Und was war die Ursache? Das ist ein Geneffekt. Ein Geneffekt? Ja. Und auf welche Weise sind Sie auf die Idee gekommen, nach Bangkok, Hospital Phuket zu gehen? Ja, ich mache seit längerem, seit längerer Zeit komme ich in Phuket zum Ferien machen. Und dann hat sich die Frage gestellt, kann ich auch mit dieser Krankheit nach Phuket kommen? Und ich habe mich im Internet informiert. Und dann bin ich auf die Seite von Hospital Bangkok, Phuket Spital, gestoßen und habe dann Kontakt aufgenommen mit Herrn Alviar. Und eine andere Frage. Wie ist soweit die Behandlung? Ja, die Behandlung hier ist sehr gut. Es ist zu vergleichen mit der Behandlung in der Schweiz. Es sind auch dieselben Geräte. Und wollen Sie auch Familie oder Freunde dieses Krankenhaus anbefehlen? Ich würde es sehr empfehlen, ja. Okay, danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.